Wer die Teutonus kennt, weiß genau, wir haben richtig Spaß, jeden Tag alles zu geben. Und wer den Max und sein Team kennt, weiß auch genau, die haben auch Spaß daran, immer alles zu geben. Und wenn zwei zusammenkommen, die immer alles geben, kann es nur gut werden. Und wir haben uns gemeinsam gefragt, wie muss ein Auto aussehen, was richtig gut ist. Kurz gesagt, genau so. Ja, man kann sagen, Motorsport ist wie im realen Leben. Manchmal gewinnt man und ab und zu lernt man auch dazu. Ein weiterer wichtiger Teil im Motorsport sind unsere Sponsoren, für die wir mehr als nur dankbar sind. Deshalb an dieser Stelle, lieber Ingo und an dein gesamtes Team der Technischen Überwachung Taunus, danke. Die Erfahrung, die ich im Rennenfahren gemacht habe, klar, jeder will Erster werden. Jeder will immer aufs Treppchen kommen und will den Fokus auf sich haben und will dieses Gewinnergefühl haben. Was sehr, sehr wichtig ist, um überhaupt dahin zu kommen, ist erst mal anzukommen. Das ist ein langer Weg und das ist unser Fokus. Aber das eigentliche, das wirkliche Ziel ist eigentlich Spaß haben. Und da der Saisonstart schon gut gelaufen ist bei euch. Wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg und ich sage nur eins, ab aufs Treppchen. Das war's, macht's gut, bis demnächst.